Die Netze sind schon wieder kaputt. Georgi Pejchev ist wütend und der Fischer und seine Kollegen wissen genau, auf wen. Schau, dieses Loch hat ein Delfin gemacht. Schau, was hier schöne Löcherdelfine machen. Das ist von einem kleinen Delfin. Vorletztes Jahr musste ich einen Monat lang die Netze flicken und reparieren, alles wegen der Delfine. Manchmal sind die Löcher so groß wie ein ganzes Boot, wie eine Tür oder wie ein Auto. Die Fischer im Hafen von Zarivo sind sich einig, es gäbe zu viele Delfine im Schwarzen Meer. Sie hätten dort ein gutes Leben, fressen 20 Kilogramm Fisch pro Delfin und Tag. Fisch, den Georgi gerne selbst fangen und verkaufen würde. Kein Mitleid für die Delfine, von denen in diesem Jahr hunderte tot an die bulgarischen Strände geschwemmt wurden. Umweltschützer machen die industriell betriebene Treibnetzwischerei dafür verantwortlich. Das ist ein Riesengeschäft. Mit einem drei Kilometer langen Treibnetz kann man 800 Kilo Steingut fangen. Mit einem Netz von 100 Kilometer sind das schon viele Tonnen. In der Türkei kostet ein Kilo im Großmarkt bis zu 40 Euro. Dann kann man sich leicht ausrechnen, dass das nur in wenigen Tagen eine halbe Million Euro ist. Die toten Delfinbabys, die die Wellen hier an den Strand spülen, werden einfach aus den Netzen genommen und weggeworfen. Bei der Regierung haben die Umweltschützer Alarm geschlagen. Die versprach, die Fischerei mit Netzen zu verbieten. Passiert sei aber nichts. Zu diesem Zeitpunkt würde ich mich nicht trauen, einen konkreten Grund für das Delfinsterben zu nennen, weil wir bisher keine spezialisierte Forschung haben und keine Autopsien gemacht haben. Leider haben wir bisher auch keine Kadaver gefunden, die sich für eine Autopsie eignen. Noch nicht. Der rumänische Biologe Roesvan Popescu ist extra nach Bulgarien gereist, um die Umweltaktivisten zu unterstützen, auf eigene Initiative. An diesem toten Delfin will er eine Nekropsie durchführen, um festzustellen, woran das Tier gestorben ist. Er muss improvisieren, denn hier in Bulgarien gibt es weder Spezialisten noch entsprechende Labore. Der Bauch sieht normal aus. In diesem Alter müssen die Zähne mindestens 1,8 Zentimeter groß sein. Sieht ähnlich aus wie die anderen, die wir gefunden haben. Die meisten leiden unter Stress, weil sie zu wenig Nahrung bekommen und viele werden von den Fischernetzen gefangen. Es sind gekappte Netze oder solche, die für den Steinbutt benutzt werden. Es handelt sich auch um illegale Fischerei, die viel stärker bekämpft werden sollte. Viele Delfine verenden in den Treibnetzen der Fischer und Fischwilderer. Gefährlich sind die sogenannten Geisternetze, gekappte Treibnetze, die nun unter der Wasseroberfläche im Schwarzen Meer schwimmen. Sie sollen mittlerweile eine Gesamtlänge von 1000 Kilometern haben. Die Fischer weisen sämtliche Verantwortung von sich. Ich denke, wir Fischer sind das kleinste Problem für die Delfine im Schwarzen Meer. Der Fischfang wird von mindestens drei verschiedenen Institutionen kontrolliert. Von der Meeresadministration, von der Grenzpolizei und von der Fischereibehörde. Alles, was auf dem Meer passiert, sehen Sie auf Ihren Monitoren. Auf den Monitoren der Fischereibehörde sind an diesem Tag keine illegalen Fischer zu sehen. Die legen ihre Netze 40 bis 50 Seemeilen vor der bulgarischen Küste aus. Meist unerreichbar für die kleinen Boote, die nicht besonders schnell und nicht einmal hochseetauglich sind. Doch eine bessere Ausrüstung war dem Staat die Jagd auf Fischwilderer wohl nicht wert. Nur wenige Wilderer werden erwischt. Im vergangenen Jahr gab es vier Fälle. Wir haben sie zur Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Einige Prozesse laufen noch. Wir melden alles, was wir feststellen und hoffen darauf, die Wilderei vollständig zu stoppen. Bis jetzt musste noch kein Wilderer in Bulgarien eine Gefängnisstrafe fürchten. Die Umweltschützer fordern ein Verbot der Treibnetzfischerei. Für sie ist der Beweis für das Delfinsterben erbracht. Bei den Delfinen, die in diesem Jahr für eine Untersuchung geeignet waren, haben wir festgestellt, dass sie ertrunken sind. Das kann nur geschehen, wenn sie in illegale Fischernetze geraten und darin stecken bleiben. An Bulgariens Küste haben die Umweltschützer in diesem Jahr mehr als 400 veränderte Delfine registriert. Angespülte Zeugen einer ungezügelten Fischerei. Fischere in der Delfinsterben Vielen Dank.